ja moin meine freunde ja es gibt heute mal etwas kleines neues zu berichten ja ich werde richtung dezember habe ich vor mit dem niedersachsen ticket nach gött und nach göttingen zu fahren das wird auch ein tagesausflug werden das heißt auch dass ich dann teil da was ich mache ein bisschen aufzeichnen das heißt auch dass auch dort der weihnachtsmarkt sein wird in göttingen das werde ich dann auch ein bisschen aufzeichnen ein bisschen muss halt gucken was möglich ist und was ich halt drehen darf und dann werde ich euch da ein bisschen mit mitnehmen auch auf der zugfahrt ausschnitt ausschnittweise auch was aufzeichnen ich werde allerdings nicht sagen war nicht in göttingen bin das möchte ich jetzt ja noch mal sagen weil ich halt auch nicht irgendwie möchte dass wir spontan besucher meinen und wieder sagen hallo da bin ich und nee das ist nicht so cool denn da gibt es auch gründe warum ich nach göttingen fahre aber das ist jetzt nicht in diesem video relevant und ich werde das auch hier nicht erzählen das möchte ich jetzt hier nur kurz sagen irgendwie bin ich gefühlt überblendet keine ahnung was das jetzt hier schon wieder ist mit dem licht hier auf dem fall werde ich dann nach göttingen fahren ab dezember also das wird auf jeden fall tages ausflug sein im dezember und ja weil natürlich auch wie ich halt sagte schon teils aufnehmen aus göttingen das ist auch er mein erster allererster stadtbesuch in göttingen ja ich wohne im norden und war noch nicht einmal göttingen also das muss man einfach sagen ich war schon in sämtlichen bereichen aber war noch nicht einmal in göttingen ja sünde könnte man jetzt schon wieder sagen aber das sollte in dem punkt nachgeholt ja auf jeden fall wird das auch wenn man was werden das heißt auch das wird hier schon recht früh hier anfangen das heißt auch ich nehme euch auch ein bisschen mit wie dann in der regel mein tagesbeginn ist mit unter wenn ich jetzt auch im office tag habe wie sich das verhält und was also seid auf jeden fall gespannt ja und freue mich auf jeden fall drauf ich werde auf jeden fall gucken wo ich euch noch mitnehmen können und sagt dann mal bis zum nächsten video so Untertitelung des ZDF, 2020